Guten Abend und herzlich willkommen zu Wer wird Millionär? Heute die nächste Ausgabe mit einem Politiker als Gast. Bitte begrüßen Sie recht herzlich Wirtschaftsminister Robert Habeck. Guten Abend, Herr Jauch. Ich freue mich, hier zu sein. Und damit meine ich sowohl zu sein im Allgemeinen als auch hier bei Ihnen in der Sendung im Besonderen. Das freut mich ebenfalls. Liebe Zuschauer, wir haben heute eine Themensendung mit Wirtschaftsfragen extra für unseren Wirtschaftsexperten im Studio. Wieso? Kommt noch jemand? Herr Habeck, wie bei Ihrer Kollegin Frau Baerbock starten wir direkt bei der 1000-Euro-Frage, damit Sie bessere Chancen haben, etwas Geld für Ihr Projekt zu sammeln. Herr Habeck, Ihre Parteikollegin Frau Baerbock ist letztes Mal ja leider leer ausgegangen. Für welches Projekt möchten Sie heute versuchen, Geld zu sammeln? Ich möchte Geld für die Industrie sammeln. Da gehen ja derzeit also ein paar Unternehmen pleite gegen verschiedenen Gründen. Unter anderem Putin und des Weiteren die CDU, weil sie gegen den Haushalt geklagt hat. Ja. Dann drücken wir natürlich die Daumen, auch wenn die Summe, die Sie hier gewinnen können, wohl nur ein Tropfen auf dem heißen Stein sein dürfte. Es mag nur ein Tropfen auf dem heißen Stein sein, aber ich sage mal lieber den Tropfen auf dem heißen Stein als die Pfütze in der Hose. Alles klar. Dann fangen wir mal mit der ersten Frage an. Wann ist ein Unternehmen insolvent? A. Bei defektem Haupteingang. B. Bei Vielfalt als Einstellungskriterium. C. Bei Zahlungsunfähigkeit. Oder D. Bei steigenden Marktanteilen. Das fängt tatsächlich gut, also sehr positiv für mich an. Denn die Antwort kenne ich. Das habe ich schon mal in einer Talkshow erläutert. Und hier ist es mir wichtig, noch mal zu erwähnen, dass Firmen ja nicht direkt pleite sind, nur weil sie nichts mehr verkaufen. Auch wenn sie dann natürlich keine Einnahmen haben und trotzdem laufende Kosten. Aber es ist so, wie wenn ich mich vom Hochhaus stürze. Da bin ich ja auch nicht direkt tot, sondern halt erst, wenn ich unten aufschlage. Aber ich denke, es müsste C sein. Antwort C ist ausgewählt und ist richtig. Dann geht es weiter mit der 2000-Euro-Frage. Was beschreibt die Arbeitslosenquote? A. Anteil Abgeordneter ohne Abschluss im Bundestag. B. Anteil der Arbeitslosen an allen Erwerbspersonen. C. Quotenregelung der Grünen bei der Auswahl von Parteifunktionären. Oder D. Arbeitsplatzvergabe per Los. Also zur Antwort A kann ich sagen, dass das momentan so eine Art Trend ist. Vor allem auch in unserer Partei. Die Antwort wäre also weniger abwegig als Olaf Scholz auf einem roten Teppich. Antwort B ist eine mathematische Beziehung von Größen zueinander. Und um das zu verstehen, müssen wir zunächst die Begriffe klären. Da zahlt sich, denke ich, mein Philosophiestudium aus. Und zwar müssen wir klären, was Arbeitslose und Erwerbspersonen sind. Hier ist es so, dass nicht alle Menschen, die keiner Arbeit nachgehen, deswegen auch zwangsläufig arbeitslos sind. Und zwar können sie sich Arbeit vorstellen wie ein Moor. Je mehr sie versuchen, nicht zu versinken, desto schneller versinken sie am Ende. Wer hingegen weniger macht, also quasi weniger arbeitet in unserem Kontext, der versinkt weniger schnell. Oder anders ausgedrückt, wenn die Arbeit Freude bereitet, dann fühlt es sich nicht wie solche an. Und man hat eigentlich gar keine Arbeit und ist aber trotzdem natürlich nicht arbeitslos. Aha, okay. Ich bin nicht sicher, ob ich Ihren Vergleich verstehe, aber machen Sie gerne weiter. Ja. Also das zu den Arbeitslosen und die Erwerbspersonen, das sind dann... Also jedenfalls zur Antwort C kann ich sagen, dass wir so eine Regelung nicht haben. Also zumindest soweit ich weiß, auch wenn es natürlich eine gute Idee für die Repräsentation von Arbeitslosen wäre. Genau. Und von Antwort D hätte ich jetzt ehrlich gesagt noch nie etwas gehört, auch wenn das eine gute Möglichkeit sein könnte, um Rassismus in der Arbeitswelt zu verringern. Jedenfalls weiß ich die Antwort nicht und nehme den Telefonjogger. Wen möchten Sie anrufen? Meinen ehemaligen Staatssekretär Patrick Greichen. Vielleicht kennt er sich mit dem Thema ja aus. Guten Abend, hier ist Patrick Greichen. Guten Abend, Herr Greichen. Hier ist Günter Jauch. Herr Habeck braucht Ihre Hilfe bei der 2000-Euro-Frage. Achtung, hier kommt die Frage. Hallo Patrick, was beschreibt die Arbeitslosenquote? A. Anteil Abgeordneter ohne Abschluss im Bundestag. B. Anteil der Arbeitslosen an allen Erwerbspersonen. C. Quotenregelung der Grünen bei der Auswahl von Parteifunktionären. Oder D. Arbeitsplatzvergabe per Los. Sehr witzig, Robert. Willst du dich über mich amüsieren, nachdem ich wegen dir arbeitslos bin? Also anscheinend betrifft Ihnen das Thema persönlich. Dann passt, denke ich, Antwort B doch am besten. Ob diese Antwort richtig ist, erfahren Sie nach der Werbung. Wir sind zurück und Antwort B ist richtig. Machen wir weiter mit der 4000-Euro-Frage. Was ist eine Rezession? A. Ein Rückgang der Wirtschaftsleistung. B. Eine Meinung zu einem Produkt. C. Eine Gebietsabtrennung. Oder D. Ein Synonym für Karnevalszessionen. Also zur Antwort A fällt mir ein, dass das nicht unbedingt etwas Schlechtes sein muss. Denn nur weil der Kuchen kleiner wird, muss er ja nicht weniger lecker sein. Manchmal mag man auch ein kleines Stück Kuchen lieber und genießt es dann umso mehr. Das ist interessant, aber was hat das mit der Frage zu tun? Gute Frage. Es ist so. Ich denke, als studierter Philologe kann ich mir das eventuell über die Wortherkunft herleiten. Das Wort Rezession besteht aus den beiden lateinischen Wörtern Re und Session. Session bedeutet das Sitzen. Und Re ist eine Form von Rerie und bedeutet Denken. Zusammengenommen, also sozusagen das Sitzen-Denken oder vielleicht auch im Sitzen-Denken. Das wäre etwas, das Sie jetzt tun sollten, Herr Habeck. Zu welcher Antwort soll das denn passen? Darauf habe ich leider auch keine Antwort. Aber vielleicht ja das Publikum. Ich nehme den Publikums-Joker. Liebes Publikum, bitte wählen Sie Ihre Antworten auf Ihren Keypads aus. Dann würde ich hier auch der Mehrheit vertrauen. Schließlich habe ich auch der Mehrheit zu verdanken, dass ich überhaupt Wirtschaftsminister bin. Antwort A ist ausgewählt. Und ist richtig? Danke, Leute. Danke. Weiter geht es mit der 8000-Euro-Frage. Wofür steht die Abkürzung GmbH? A. Gesellschaft mit beschränkter Haltung. B. Gesellschaft mit beschränkter Haftung. C. Gesellschaft mit beschränkter Hitze. Oder D. Gesellschaft mit beschränkten Hirn. Also Antwort A kommt mir nicht bekannt vor. Aber es könnte sich dabei um ein Treffen von Gamern handeln. Also Personen, die gerne viel Zeit mit Computerspielen verbringen. Antwort B. Also Gesellschaft mit beschränkter Haftung kommt mir bekannt vor. Davon hat mir ein Freund erzählt, wenn ich mich nicht täusche. Und zwar handelt es sich dabei um ein Unternehmen, das Kleber für Klimakleber herstellt. Aber der Kleber lässt sich lösen, ohne Schäden an der Hand zu hinterlassen. Und daher die Bezeichnung mit beschränkter Haftung. Bei Antwort C könnte ich mir vorstellen, dass sich das auf die klimaneutrale Gesellschaft bezieht. Und die letzte Antwort kann ich dann wiederum gar nicht zuordnen. Vielleicht geht es da um den Erinnerungsverlust bei Olaf Scholz und seinen Cum-Ex-Kollegen. Ich nehme den 50-50-Joker. Sehr gerne. Ich bin mir leider trotzdem noch unsicher und daher nehme ich die 4.000 Euro mit. Hauptsache besser als Annalena. Antwort B wäre richtig gewesen. Aber dann gratuliere ich zu dieser Summe, die immerhin größer als Null ist und bedanke mich recht herzlich. Ich danke Ihnen. Liebes Publikum, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.